moin leute und willkommen zurück zu far cry 3 mit schnorra und fuba und der truck der abgehauen ist er hätte aber nur mini hit bekommen der ist ja schon mitten im dorf der schon durchgefahren ist schon am ende des levels ja da war noch zwei eigentlich kommen die rechts und wo der truck ist wirklich schon durch das schon komplett durch das dorf durch ist natürlich uninteressante vorgänzweise alles taktik guck dabei wo ist er denn schon hingefahren die gegner werden beim truck dann nur getriggert wenn wir mit der weisen den einheit durch den zaun die drücken hier wieder so hart wieder fast tot naja die schießen ja durch das auto so hart durch also dafür dass hier so viele gegner kommen ist der truck aber gut weit gekommen noch mehr alter macht er denn hier wo ist muni hat da eine muni ja jetzt sind jetzt siehst du bin tot wie dann noch nicht ganz aber ein hit und ich bin hier und wo von links ball hat da noch was die war noch mal markieren so jetzt müsste ich alles sauber sein nicht hier lang warnung zurück zum kampf wollte eigentlich nur gucken ob da noch was schick ist blende hier aber auch linke seite geht ich stehe genau neben der munition nice dachte zu helfen warum soll ich jetzt drücken ich glaube ich muss zum zur begrüßung gleich noch mal diesen ja schon was da juckt aber so richtig harte bei mir juckt 200 ja bei dir juckt es ja wieder am straßenverkehr ist er hier verkehrsfluss mensch ne stoßzeit war das ja ach lol ich bin ja mal erstaunt dass du dir was gemerkt hast ich hatte gerade schicken dreifach kül aber einer rechts und rein hühner dreifach kül ne einfach nur ein dreifach kül ne du hast gesagt ein schicken dreifach kül so ich schieße die an deshalb sehe ich hier so viele ist es und ich mache dann das hier noch links hinter meiner granate granate ist hinter mir ich stehe schon wieder neben der runde ach da stimmt das ist doch das gleiche dorf wo wir eben waren wenn ich ganz na doch hier ist wieder der bürgerladen daneben und das mg stand da auch hinten der der map aufbau ist wahrscheinlich der gleiche hinter uns oben mg ist einer ich bin tot fast mann sag doch nicht du bist tot wenn du nicht tot bist ja ich sage mal ich bin tot wenn ich schon grau bin du bist aber nicht tot dann weißt du okay du musst in meine richtung kommen guck mal da ist auch wieder die kirche also haben wir den jetzt gerade zur kirche gebracht damit die medikamente darauf geladen werden ach so stimmt wir sind doch da so komisch über den wo ist der sniper ach so was sniper meiner charakter hat gesagt sniper hier ist muni muni reich schon ach im wachtturm also im küchenturm unten ganz viele gegner den kannst du aber nicht treffen oder ja den habe ich schon der oben tot ach so natürlich ich schieße die ganze zeit auf den kopf macht doch nicht sowas mit mir ich höre noch einen hier außen ist sogar auch muni guck mal wieder raus und was schießt hier hinter uns oder ja schaffte so muss schon schaffstütze flammen werfer gut gut weiß ich nicht direkt bei mg spot ach ein großer wieder ich brenne dauern hier vorne rechts an der wand ist munition neben dir ist ein gegner und also wir müssten jetzt wahrscheinlich mal was einladen wir müssten da mal reingehen stimmt das ist hier wieder diese trage ich habe ein wo ist denn hin zum truck rechts sicher ja steht da lade ich hier mit in den truck kiste aufladen so eine ist noch hier sind ganz viele noch zwei kisten müssen wir noch einladen so hier liegen wir dran ja da liegen aber noch fünf geradeaus gegenüber von der straße zwei stück jetzt die eine kiste einfach verschwunden wo ich gerade was drauf gepackt habe hier ist etwas wo ist hier drinnen auch booster kann das sein dass man den booster braucht um um seinen schrei zu machen das kann ich dir nicht sagen so soll der haut ab wir brauchen nicht viel davon hier drinnen ist noch muni und sowas hier draußen auch hund irgendwo kommt ein hund ja kommt euch nicht zu ist tot wir sollen hier und welche teile aufnehmen ach das auch flammenwerfer ach du scheiße zwei kandaten hin drinnen gibt es muni für kandaten und wo ist ein sniper dicker ist weg ich brenne ich brenne sniper down wir haben nicht den ganzen tag gerade nach er will hier ans mg gehen hier gibt es munition ist ja lustig ok ich hole mir das erste teil hier hab hier was und das letzte ich einen rüber ja gott oh gott ist ekehaft ok stell den timer ein und lass uns was hochjagen platziere die bombe hier drinnen oder was ne jo hey hier sprengst du hä hier oben oder was ja oder hinten ne hier an die wand tschüss 0 aber wohin aber warum sprengen wir die kirche stand da waren drei drogenlabor ach ein drogenlabor na das ist verständlich dann habe ich nichts gesagt das war bestimmt dann ist alles okay oder war es das schon da kommt jetzt noch was jetzt das weiß ich gar nicht ja das war es war es schon das war es noch das ist ja heftig das ist ja richtig heftig sooo dann bin ich jetzt auch mal ein paar Sachen wieder gewonnen hier bei den bei mir kam gar keine übersicht du hast bloß die die meisten kills da hast du sechs mehr ansonsten war ich über der beste der beste du kannst ja mein video gucken ja ja das sagst du jetzt so kannst du mein video gucken ich hatte wirklich keine übersicht gerade weil ich habe hier die nur so eine teile alles bekommen und eine errungenschaft und das war es dann so gut ich ändere schon mal auf vergeltung mein freund mein freund ja dann sind wir hier auch wieder durch ne gibt uns ein d abo ja ja lasst bei schnorrer gern d abo star und bei mir könnt ihr gerne rein bei mir ein negatives d abo ne und bei ihm ein positives d abo und bei ihm ein positives d abo vielleicht ja das wäre dann ein negativer nicht ich bin jetzt raus er ist raus das ist natürlich enttäuschend schnauze das ist schwach das ist so typisch aschloch d abo bei fuba d abo d abo bis zum nächsten mal d abo bei schnorrer tschau mit v